Was geht ab, Leute? Wir starten heute wieder voll durch mit dem 100er-Klassen-Cup-Dingens. Ha! Was geht's? Zwei verfluchte Cups. Haben die mich tatsächlich hängen gelassen? Ähm, ich würde furchtbar gerne irgendwas leichtes nehmen, weil ich brauch was... Ah, fuck it. Nö, Scheiger. Scheiger ist cool. Immer cool gewesen. Okay, den Spezialkup und dann gehen wir schon die Retro-Cups an. Go, go, go. Boah, die Ladezeit ist so lang. Viel zu lang. Wolkenstraße. Hät keine Zeit verschwenden. Ich will hier durchrasen. Ich will die Cups schaffen. Mit der Macht von Scheiger geht das schon. Scheiger ist sowieso der übelste Typ überhaupt. Tja, jetzt seine Banane mal besser ziehen sollen. Oh, oh. Das fängt ja schon wieder gut an. Das Boben muss hier echt hundertprozentig konzentrieren. Komm schon. Einer meiner Lieblingsstrecken. Von den Neuen. Kacke, das war knapp. Das gibt's nicht, ey. Genau, wo ich auf dem Ding bin. Okay, sieht ganz gut aus, bist du da. Wird gar nicht gucken, wo die anderen sind. Ich kann mich nur noch durchstrich konzentrieren. Ah, der musste ja wieder kommen. Egal, kurz vor dem Busenstreifen. Das sollte eigentlich gehen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gut, dass ich mich für den entschieden habe. Boah. Die unten haben wir fast beendet. Da nur noch eine. So, schnell unterwegs. Scheiße, geht so ab. Kacke. Boah, haben wir das genommen. Kein blauer Panzer zum Schluss. Jawoll. So muss das sein. Es ist heute arschwarm. Und dadurch, dass ich hier die ganzen PCs habe, Lüftung und weiß nicht alles, habe ich hier gerade ziemlich tropische Temperaturen in dem Zimmer. Aber wir müssen durchziehen. Wir müssen gewinnen. Scheiger wackelt mit seinen Ärmchen. Und ich war klommen mit meinen Ärmchen, weil wir gewonnen haben. Direkt zum nächsten Rennen. Und natürlich, Leute, ihr habt die Chance, mit mir zu zocken. Auf jeden Fall, edit mich. Neurolet Games oder NG. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Ich denke aber eher NG. Auf der Wii U. Und wir zocken ein bisschen online. Ich habe mächtig viele von euch schon geedit. Und wenn sich genug Leute versammeln, während ich hier das Ganze live streame, werden wir ein paar Hunden online zocken. Sicher, ich habe noch nicht die besten Cards, aber wir kommen da auf jeden Fall hin. Ich habe mich echt bemühen, das Ganze hier durchzuziehen. Oh, hier können wir schwimmen behalten. Das Dumme ist nur, wenn mich ein Roter verfolgt, das Timing ist natürlich dann immer beschissen. Beim Blauen ist kein Problem. Der bleibt ja kurz stehen. Und dann kann man ihn einfach vertreiben. Ich muss zugeben, ich kriege gar nicht genug vom Mario Kart. Wenn wir hier drauf, hier hätten wir landen sollen. Was mit dem Driften müssen wir noch üben. Na, das war fuck. Das war fuck. Das war so scheiße. Toll. Habe ich Panik gekriegt und benutze das Ding auch noch. Oh mein Gott. Da haben wir Zeit verloren. Ich konzentriere mich gar nicht auf Münzen. Ich muss erst mal werden. Ich muss die Charaktere freischalten. Ich glaube, das machen wir so oder so. Schade, eigentlich knapp an der Acht vorbei. Ich darf keinen Fehler machen. Das war scheiße. Das war fast ein Fehler. Ich kann mal übelst nicht mit dem Kart umgehen. Das gibt's einfach nicht. Das ist doch nicht wahr. Hat mich keiner überholen. Das ist gut. Aber die klebt hinter mich. Ich hab die gehört. Ich schwäge auf die gehört. Und hüpfenden Boosten ins Ziel. Fuck yeah. Boah, war das knapp. Errückt mich nach wie vor, dass wir nach wie vor auch keine Zeiten angezeigt bekommen. Obwohl ich's sehe gerade. Ich glaube, ich hatte einen relativ großen Vorsprung eigentlich. Warum auch immer. Okay. Bauters Festung. Hunderter. Oh, guter. Naja, nicht so guter Boost. Oh, fuck. Falsch, rumgedriftet. Wie konnte das denn passieren? Boah, fängt schon gut an. Ist klar. Ich kassier die alle noch. Arschlecken. Hauptsache, der ist ziemlich weit hinten. Hä, der hat mich nicht getroffen. Auch nicht schlimm. Das Auto ist kacke. Das driftet so stark zur Seite. Oh, shit. Yoshi gesnipe. Muss sein, weil er den Treffer. Ich bin leider daneben. Nein. Komm schon, muss ich wenigstens über den Streifen jetzt kommen. Boah. Sieht gut aus. Keiner direkt hinter mir. Kann ich mal oben lang. Ja, sicher. Boah, ich habe so ein Pech. Fehlen Sie denn mein Item noch? Letzte Runde. Ich mag die Strecke wirklich sehr. Die ist sehr gut. Musik passt. Kurven sind sehr geil. Ziemlich viel Action hier. Vor allem ist die Strecke sehr schnell. Kein blauer Panzer. Nichts hat mich bis jetzt so wirklich getroffen. Zufrieden. Musik. 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 Oh mein Gott. Ich hätte mich fast seitlich getroffen, aber ich habe einen riesigen Vorsprung. Hm. Wirklich genial. Ich habe es, glaube ich, heute noch gar nicht gesagt, aber ein wunderschönes Hallo an alle, die mir gerade live zugucken. Ich weiß, heute ist es warm. Und ich weiß, man hätte normalerweise draußen sein müssen. Ah. Mario Kart. Fuck Mario Kart. Warum nicht? Nächstes Rennen, äh, Regenbogenboulevard schon. Ging schnell. Ich muss die Strecken, denke ich, alle nochmal fahren, um wirklich sagen zu können, okay, das ist meine Lieblingsstrecke. In der letzten Zeit habe ich gesagt, okay, die Scheiße, die Scheiße, die ist gut. Nee. Erstmal alles vernünftig angucken. Oh, ich habe den Start verpennt. Oh mein Gott. Egal. Richtig genial einfach nur, Yoshi. Echt. Ey. Mach mich schwach. Ja, ja, das sieht nicht gut aus. Schön abgedrängt. Oh, der Pilz könnte verteuern werden. Ah, das sind ja keine Abschnitte. Stimmt. Einfach mal durchziehen. Was, trotz des Boosts konnte ich den nicht einholen. Aber wir kommen da hin. Boah, muss für den Windschatten aber sehr nah an dem Rand sein. Haha, überholt den Windschatten. Zack, zack, blauer Panzer auf Rilas, man. Genau erster gewonnen, bevor der abgefeuert worden ist. Nein. Nein. Ich bin hier wirklich am Kämpfen, wirklich. Oh, kein blauer Panzer kann man jetzt mal schauen. Es ist ein Komplizentfilter, Alter. Ich denke mal, wenn sich das Ding dreht, fliege ich gleich von der Strecke. Scheiße, ey. Wer legt denn die Bananen da so kacke hin? Ja, klar. Schau dir mal vor, das wäre letzte Runde gewesen. Ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe, aber es war es mir irgendwie wert. Bitte, kein Bullshit zum Schluss wie gerade. Ich liebe das, wie schnell der Teil ist. Oh mein Gott, im riesigen Vorsprung gewonnen. Vario ist sogar nur ein Dritter geworden. Yes. Und wie gesagt, Leute, heute, die auf YouTube, natürlich schon vorbei. Heute, wenn sich genug Leute finden, werde ich auch noch eine Lobby offen machen, dass wir zusammen ein bisschen Mario Kart zocken. Sollte so lustig werden. Das heißt, wenn ihr Bock habt, online gehen nachher. Und falls ihr noch da seid, dann werden wir das irgendwie einrichten. Oh, ich bin überall erster geworden. Diese Drehteile sind dafür da, dass man ein bisschen Beschleunigung mitnehmen kann. Und wenn man, während man diese Gravity-Sache benutzt, also wenn man da irgendwie so eine Wand klebt, jemanden rammt, kriegt man auch noch so einen kleinen Boost. Also es ist ziemlich schlau, jemanden zu rammen. Spezialkap überall erster gewonnen. Genau das musste es sein. Drei schöne Sternchen, neun Charakter freigeschaltet. Wir haben fast alle. So, und jetzt fangen wir an mit den 100er-Retro-Cups. Oh, ich kriege jetzt schon die Crates? Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das letzte Mal schon bekomme. Aber die skippen wir. Wir haben die letzte Mal schon gesehen. Bei den ganzen 50er-Sachen. Obwohl ich natürlich noch nicht drei Sterne habe. Das Ganze werde ich natürlich nur nachholen. Dann mal auch zu den Retro-Cups. Dann mal auch zu den Retro-Cups.